Während die Menschen über die Möglichkeit eines neuen Weltkriegs sprechen, hilft das Biden-Regime, Deutschland wieder zu einer Supermacht zu werden. Deutschland rüstet auf. Die deutsche Bundeskanzlerin Olaf Scholz hat angekündigt, dass sein Land seinen Verteidigungshaushalt verdreifachen wird. Dazu gehört auch der Kauf von 35 neuen Kampfjets aus den Vereinigten Staaten, F-35-Starnkappen-Kampfjets, die amerikanische Atomwaffen transportieren können, die derzeit in Deutschland und anderen europäischen Ländern stationiert sind. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der Anlass für diese Ankündigung war, wurde von Forbes als Deutschlands Pearl Harbor bezeichnet. Die Welt begrüßt die Idee, dass Deutschland seine schlummernde Macht erweckt. So wie seinerzeit die Vereinigten Staaten ihre schlummernde Macht erweckten, um den letzten Weltkrieg zu gewinnen. Aber nicht alle sind begeistert. Donald Trump sagt am 12. März, die Deutschen hätten beschlossen, alles zu tun, um ihr Militär wieder aufzubauen. Seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen. Werfen Sie einen Blick auf die letzten beiden Weltkriege mit Deutschland. Sie wissen, dass es den Leitsatz gibt, dass Deutschland sein Militär nicht so stark aufrüsten sollte. Und auch Japan ist jetzt dabei, sein Militär wieder aufzubauen. Seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen. Denn mit diesen beiden Ländern und ihrem Militär ist schon viel Schlimmes passiert. Die Menschen sind begierig, darauf zu hören, was Trump zu sagen hat. Er ist eine der wenigen Stimmen, die sagen, dass Deutschland zwar 2% seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung gegen Russland ausgeben sollte, es aber gefährlich sei, Deutschland viel mehr ausgeben zu lassen, damit Osteuropa nicht zwischen einer mächtigen russischen Diktatur auf der einen und einer mächtigen deutschen Diktatur auf der anderen Seite gefangen ist. 1945, nach dem Ende des letzten Weltkrieges, unterzeichneten der britische Premierminister Winston Churchill und US-Präsident Franklin Roosevelt ein Dokument, das verhindern sollte, dass Deutschland jemals wieder zu einer Kriegsmaschine wird. In ihrer Erklärung auf der Konferenz von Yalta hieß es, Zitat Doch 77 Jahre später jubelt die Welt darüber, dass Deutschland eine militärische Supermacht wird, die Vladimir Putin die Stirn bieten kann. Das geht weit über die Forderung hinaus, dass Deutschland 2% seiner Wirtschaftsleistungen aufwenden soll, um die NATO bei der Verteidigung Europas gegen Russland zu unterstützen. Vielmehr geht es um die Tatsache, dass Deutschland jetzt 5% seiner Wirtschaftsleistung ausgibt und F-35 Kampfjets kauft, die nukleare Sprengladungen transportieren können. Deutschland gibt mehr für das eigene Militär aus, stellt sich aber in den Weg gegen sinnvolle Sanktionen gegen Russland. Was für eine verrückte Außenpolitik die USA doch betreiben. Die beiden Regierungen hilft dabei, Deutschland in eine nukleare Supermacht zu verwandeln, weniger als ein Jahrhundert nachdem die Nationalsozialisten des Dritten Reiches versucht haben, Europa und die Welt zu erobern. Die verstorbene Herbert W. Armstrong sagte dies bereits vor 40 Jahren voraus, Zitat Eines der großen Dinge, die Europa vorantreiben und vielleicht das größte, das sie dazu veranlassen wird, sich zu beeilen und zusammenzukommen, ist ihre Angst vor dem, was im Kreml und der Sowjetunion vor sich geht. Sie verlieren das Vertrauen in die Vereinigten Staaten, ihnen einen militärischen Schutzschirm zu bieten und wollen ihre eigenen Streitkräfte, um sich selbst zu schützen. Das ist jetzt das allgemeine Gefühl dort in Europa. Das ist der Hauptanreiz, sich zu vereinen und es wird auch geschehen, Zitat Ende. Der Aufstieg des Heiligen Römischen Reiches war Herr Armstrongs wichtigste Prophezeiung, basierend auf Bibelstellen wie Jesaja 10, 5-6, Matthäus 24, 21-22 und von Baugen 17, 10-13 lehrte Herr Armstrong, dass Deutschland zuerst ein großes Militär aufbauen würde, um sich gegen Russland zu verteidigen und dass es dann die Antombombe, die Amerika in Europa gelagert hat, nicht gegen Russland, sondern gegen die Vereinigten Staaten einsetzen würde. Dies geschieht vor unseren Augen, während die beiden Regierungen Deutschland nuklearfähige F-35-Kampfjets aus amerikanischer Produktion verkauft. Herr Gerard Flurie schrieb im Jahr 2014, Wenn wir über europäische Länder mit Atomwaffen sprechen, denken wir normalerweise an Großbritannien und Frankreich. Aber es gibt noch fünf weitere Nationen mit Atombomben, die technisch gesehen Amerika gehören. In Belgien, den Niederlanden, Italien, Deutschland und der Türkei haben die Vereinigten Staaten etwa 150 bis 200 thermonukleare Bomben gelagert. Und Amerika hat diese hunderte von Bomben so konstruiert, dass sie in ihrem Gastland an Flugzeugen angebracht werden können. In einem Artikel vom 2. Dezember 2009 mit dem Titel Was tun mit Europas geheimen Atomwaffen schrieb Time? 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer sind niederländische, belgische, italienische und deutsche Piloten immer noch bereit, einen Atomkrieg zu führen. Das ist richtig. Deutschland und Italien, Amerikas erbitterte Feinde im 2. Weltkrieg, sind bereit, einen Atomkrieg mit Bomben zu führen, die den Vereinten Staaten gehören. Es ist denkbar, dass diese Waffen auf Amerika zurückgeworfen werden könnten. Zitat Ende Im Gegensatz zu Donald Trump erkennen nur wenige moderne Politiker das Risiko, Deutschland mit hochmodernen Kampfflugzeugen auszurüsten, die moderne Atomwaffen tragen können. Einige in der deutschen Linkspartei sagen, dass die F-35 Flugzeuge in Deutschland das Risiko eines Atomkriegs in Europa erhöhen. Viele andere Politiker sind aber abgelenkt von der Bedrohung durch Vladimir Putin, da sie die von Deutschland oder Europa ausgehende Bedrohung nicht erkennen. Doch hier, bei der Posaune, erkennen wir die Bedrohung, die von einem atomar bewaffneten Deutschland ausgeht, weil wir verstehen, was die Bibel über das Deutschland der Endzeit sagt. Heute unter Biden und der Macht hinter den Kulissen Barack Obama helfen die USA, eine nächste deutsche Supermacht aufzurüsten. Diese Iteration wird die Prophezeiung der siebte und letzte Auferstehung des Heiligen Römischen Reichs anführen, von B. 17, 10-13. Eine ernüchternde Prophezeiung in Ezekiel 23 zeigt, dass das endzeitliche Israel in erster Linie Amerika und Großbritannien nicht von einem kriegerischen Rivalen wie Russland oder China erobert werden wird. Vielmehr wird es von einem vermeintlichen Verbündeten verraten werden. Die moderne Assyrien, auch bekannt als die Deutschen. In Vers 1-4 von Ezekiel 23 heißt es, Und das Wort geschah zu mir, du Menschenkind. Es waren zwei Frauen, Töchter derselben Mutter. Die wurden Huren in Ägypten, schon in ihrer Jugend. Die Große hieß Ohola. Und ihre Schwester, Oholibar. Und ich nahm sie zu Frauen. Und sie gebaren mir Söhne und Töchter. Ohola, Samaria. Und Oholibar, Jerusalem. Diese beiden Schwestern, Ohola und Oholibar, symbolisieren das Nordreich Israel, das heutige Amerika und Großbritannien, und das Südreich Judah, die Nation Israel im Nahen Osten. Beide Schwestern vertrauen Gott nicht mehr und suchen stattdessen beim heutigen Deutschland Schutz, aber sie werden von ihren Liebhabern verraten, wenn sie es am wenigsten erwarten. In Vers 5-7 lesen wir, Ohola, ohola, tripurerei, wurde mir untreu. Sie entbrannte für ihre Liebhaber, für die Assyrer, die zu ihr kamen, für die Stadthalter und Hauptleute, die mit Purpur gekleidet waren, lauter junge, hübsche Leute, Reiter hoch zu Ross. Und sie trieb ihre hohe Reihe mit ihnen, lauter auserlesenen Söhne Assurs. Und bei allen, für die sie entbrannte, machte sie sich auch unrein mit ihren Götzen. Amerika vertraut weder auf den Schutz Gottes, noch hat es die Willenskraft, Nationen wie die Ukraine zu schützen. Stattdessen verkauft Amerika F-35 Kampfstätten in Deutschland, um Schutz zu bekommen. Amerika zieht das Frankenstein-Monster groß, das sich verwandeln wird und Amerika zerstören wird. Denn Amerika vertraut Gott nicht und folgt auch nicht seinen Gesetzen. Die gravierendste Auswirkung in Russlands Krieg gegen die Ukraine hat wahrscheinlich nicht direkt etwas mit Russland oder der Ukraine zu tun. Eine atomar bewaffnete deutsche Supermacht könnte das Resultat sein. Heute besprachen wir einen Artikel von dem verantwortlichen Redakteur der Posaune, der Steven Flury. Sein Artikel Eine deutsche Frankenstein-Supermacht können Sie auf unserer Webseite dieposaune.de finden. Fragen und Kommentare können Sie an info at dieposaune.de schreiben. Mein Name ist José Mischels. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Bis zum nächsten Mal.